Am 23. April ist Tag des Buches und darum soll es heute in diesem Video gehen. Und ich zeige dir vier Geschenke für deine Lesefreunde. Nichtsdestotrotz liebe ich es, Bücher zu kaufen. Ähm, little problem. Oh mein Gott. Ein Zehntausender Special. Beginnen wir mal mit dem ersten Geschack. Geschack. Geschacka, schacka, schacka, schacka. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal HANA Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du heute wieder zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Wir haben die Zehntausend geknackt! What? What the fuck? Wie schnell ging das? Oh mein Gott, danke. Ich bin immer noch total aus dem Häuschen. Ich bin so unvorbereitet. Ich schrasch da aus, Alter. Ich schrasch komplett aus! Und kann es nicht glauben. Wir sind eine große Community mittlerweile. Gestern haben wir die Zehntausend auf YouTube geknackt. Zehntausender Special. Wir reden hier über ein Zehntausender Special. Zehntausend Leute, die mir folgen. Unglaublich. Ich merke es in jedem Live und überall, wie schön ihr euch auch untereinander austauscht. Allerdings war ich etwas überrumpelt und habe noch nicht damit gerechnet, dass wir die Zehntausend so schnell knacken. Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und deshalb habe ich auch noch gar keine Idee für ein Zehntausender Special. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Deswegen, falls du irgendeinen Wunsch hast oder irgendeinen Vorschlag, dann schreib mir das mal gern unten in die Kommentare. Ja, bitte. Okay, kommen wir zum heutigen Thema. Also, ich muss ja zugeben, ich liebe den Gedanken, wenn ich in so einem schönen Sessel sitze, Kerzen anhab, ganz friedlich rum ist und ich ein Buch lese. Also, es gibt keine schönere Vorstellung für mich. Aber die Realität sieht anders aus. Was soll ich sagen? Bei vier Kindern machen wir uns nichts vor. Es bleibt meistens ein Gedanke. Da musst du durch. Aber ich liebe es, Bücher zu kaufen. Es ist fast so schlimm, wie Stoffe kaufen bei mir. Tatsächlich kann ich kaum an einem Buchladen oder so vorbeigehen. Und ab und an komme ich ja auch zum Lesen. Beziehungsweise, ich nötige meine Kinder jeden Tag zu lesen. Und deswegen dachte ich mir, diese vier Helferchen darfst du auf keinen Fall verpassen. Noch etwas anderes. Dieses Video ist keine Werbung oder Kooperation. Aber es gibt etwas für dich zu gewinnen. Ich darf heute quasi schon etwas anteasern, was es in zwei Tagen erst zu kaufen gibt. Und es passt perfekt zum Welttag des Buches. Und es passt perfekt zu uns neben ihn. Also, bleib bis zum Schluss dran. Dann erzähle ich dir mehr. Erstens. Beginnen wir mal mit dem ersten... Das kann doch nur wirklich nicht mein Ernst sein. Beginnen wir mal mit dem ersten Geschenk. Dem Lese-Sack Leni. Das Video kannst du hier oben finden. Und es kam damals sehr gut bei euch an. Unter anderem, weil ich auch viel zu Füllmaterialien, natürlichen Füllmaterialien sag. Und dieser Lese-Sack ist bei uns heute immer noch in Dauerbenutzung. Er ist super praktisch. Du kannst es nicht nur für ein Buch nehmen. Du kannst es auch fürs Kindle, Tablet oder in kleinerer Form auch fürs Handy nehmen. Also, das ist auf jeden Fall mein erster Tipp und ein absolutes Must-Have. Und zweitens. Dann kommen wir auch schon zu Geschenkidee Nummer 2. Das Lesezeichen. Das Video verlinke ich dir auch wieder hier. Alle Videos übrigens findest du auch unten in der Infobox nochmal verlinkt. Und hier habe ich mir was einfallen lassen. Nämlich, wie du jedes Gummiband auch wirklich mit einem ganz einfachen Trick aufhübschen kannst. Du brauchst dazu nicht vieles. Dauert, glaube ich, nur 5 Minuten. Du kannst sämtlichen Tüten damit einbringen. Du kannst es super schön personalisieren. Und ich verschenke das Gefühl wirklich jede Feierlichkeit. Es wurde auch schon extrem oft aus der Community nachgemacht. Und deshalb ist es auch mein absoluter Tipp für dich. Drittens. Und wenn wir schon bei Lesezeichen sind, kommt auch Geschenktipp Nummer 3. Das Lesezeichen für die Ecken. Du hast es bestimmt schon oft aus Filz gesehen. Das Ganze geht natürlich aber auch mit Snap-Pap. Ich habe jetzt hier die Snap-Pap einfach mit ganz lustigen Sprüchen beschriftet. Du könntest auch für Kinder zum Beispiel Tiergesichte draufmalen. Oder es gibt ja auch die Snap-Pap mit Mustern, die man zum Beispiel auch noch ausmalen könnte. Alles, was hier wichtig ist, dass du ein Material benutzt, das nicht ausfranst und du nicht versäubern musst und schöne Kanten hat. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich dir jetzt. Hier eine Materialübersicht. Achtung, hier kommt Schleichwerbung für meinen Onkel, aber ich muss etwas Druck ausüben. Teil 1 war super, aber ich warte immer noch auf meinen Teil 2. Themenwechsel. Okay, jetzt aber zur Materialübersicht. Du brauchst Snap-Pap, einen Stift, Garn, Schere und Lineal. Natürlich geht auch jedes andere Material, das nicht ausfranst. Zuerst messe ich mir ab, wie lang ich das Ganze haben will, in meinem Fall 7 cm und zeichne mir dann eine Ecke mit 7 cm Länge und Höhe an, verbinde das Ganze und schneide es mir dann aus. Das Ganze mache ich dann zweimal. Dann kannst du jetzt deine Ecke noch gestalten, indem du sie beplottest oder bemalst oder wie in meinem Fall einfach beschriftest. Ich finde hier immer witzige Sprüche ganz lustig. Du könntest für Kinder aber auch zum Beispiel ein Tierchen draufmalen oder einfach nur den Namen draufschreiben. Wenn du damit fertig bist, müssen wir das Ganze nur noch an den äußeren Ecken zusammennähen. Die mittlere Ecke, also vorne, die lässt du offen, da kommt später die Seite hinein. Stelle hierzu deinen Stich etwas höher auf mindestens 3,5. Verriegle Anfang und Ende gut und wenn du an der Ecke unten angekommen bist, dann lässt du deine Nadel im Stoff oder im Snap-Pep stecken. Klappst das Füßchen hoch und kannst so das Ganze einmal um 90 Grad drehen. An der unteren Ecke verriegelst du wieder entweder punktuell oder durch Vor- und Zurücknähen und das war es dann auch schon und fertig ist dein wunderschönes, unkompliziertes, tolles Wendelesezeichen. So, das war Geschenkidee Nummer 3 und wir machen weiter mit der letzten Nummer 4, dem Leseknochenmargarete. Das Schnittmuster und das Video dazu findest du hier oben auf meinem Kanal. Auch das vernähe ich wirklich regelmäßig, gerade alle Omas, alle Tanten, als Mitbringse. Es geht super schnell, du kannst ganz tolle Stoffkombis machen, du kannst es einfarbig machen. Jemand aus der Community hat mir jetzt auch so einen Tipp gegeben, sie macht das immer mit Teddyplüsch und das stelle ich mir auch richtig toll vor. Wird auf jeden Fall mein nächster Leseknochen werden. Also gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, ist ein super schönes Geschenk, ist immer im Einsatz. Ich glaube, das ist das Geschenk, wo mir am meisten gesagt wird, oh wie toll, dass ich Ihnen das gemacht habe. Du kannst es zum Liegen nehmen oder einfach vor dich nehmen und da schön ein Buch drauflesen. Auch für Kinder richtig toll mit schönen Motiven. Und der gewisse Tüdel, den kannst du hier natürlich auch anbringen. In dem Video von dem Leseknochen zeige ich dir übrigens auch das Freihandsticken, was ich immer noch am besten für das günstige Sticken finde. Also reinschauen lohnt sich auch da. Das waren die vier Geschenke für deine Lesefreunde. Geschenk Nummer fünf kommt von mir an dich, beziehungsweise von Frau Blub und mir an dich. Die hat sich nämlich die Mühe gemacht und einen wunderschönen Nähplaner für uns Nähbienen gestaltet. Es gibt eine kleine Stoffkunde, eine Jahresübersicht, wo du was planen kannst, eine Übersicht, wo deine Schnittmuster alle aufgelistet sind. Dann gibt es aber auch noch ganz tolle Motivationsseiten, wie zum Beispiel, das möchte ich schaffen. Außerdem kannst du deine Lieblingshändler und natürlich auch deine Lieblings-Social-Media-Kanäle eingeben. Vielleicht hätte da schon so einen kleinen Vordruck HANA kreativ machen sollen. Nur mal so eine Verbesserungsoption für die nächste Auflage. Dann natürlich auch Seiten, wo du deine Projekte gestalten kannst. Es gibt aber auch eine Budgetplanung und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge zu entdecken. Das Ganze gibt es ab übermorgen, dem 22. zu kaufen bei Frau Blub. Ich schreibe dir mal alle Daten unten in die Infobox und die ersten 50 Planer bekommen mit dem Code PLANER die Versandkosten noch gratis obendrauf. Und ich kenne ja meine Community, deswegen sage ich das dazu. Der Planer ist eine kleine, limitierte Auflage. Wenn er weg ist, ist er weg. Also, wenn du dir das überlegst, für dich oder vielleicht auch für eine Nähfreundin zu verschenken, dann sei auf jeden Fall schnell. Und von dieser limitierten Auflage habe ich mir nicht ein, nicht zwei, sondern fünf Nähplaner gesichert, die ich natürlich an dich verlosen möchte. Das heißt, es wird fünf glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen geben. Alles, was du dafür machen musst, ist meinem Kanal zu folgen und gerne auch die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und mir einmal unten in die Kommentare schreiben, welches Lesegeschenk dir denn am besten gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir noch eine herrliche Woche. Ich bin schon total gespannt, was vielleicht für Ideen aus der Community kommen, was ich euch Gutes tun kann bei meinem Zehntausender Special. Nächste Woche wird es mal ein ganz anderes Video von mir geben. Ich bin mal gespannt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch, 18 Uhr. Ich freue mich. Bis dahin.